Mein Name ist Alain Dostert, ich bin Generaldirektor von der Unterpreise LUXTP. Wir sind als eine Reihe dominant aktiv am Heischbau, am Däufbau und noch am ganzen Eisenbundsbau. Also zuerst hatte das wirklich ein kreisste Maxim am Eisenbau. Man muss wirklich alles machen, wie das junge als auch schon hätte können schaffen. Da hängt ja ganz viele individuelle Schicksale an. Die Leute, die in allergühe Eigenfrau, die auch können. Und als Patron, als Pflicht, wirklich alles zu machen, was an dieser Macht steht, dass diese Chantier sicher auch konform laut dieser Normen kann auflaufen. Wir haben auf jeden Fall einen Trailer designiert, der ganz viele Visiten auf der Chantier möchte, in unseren Bericht, in unseren Rapporten möchte. Was muss verbessert gehen? Da sind morgen auch seit dem Aufgang vom Jahr ein Programm Zero Accident angeschrieben, wo wir auch wirklich eine Vision haben, für in Zukunft so mann wie menschliche Akzidenten ganz klar haben, am Ziel kein Akzident dazu. Und wir sind auch ganz aktiv an alles für die ISO 14000, dann 15000. Also all die Zertifikationen, die haben wir mit Sicherheit, dass die Sekurität zu dienen haben, für einfach auch da immer eine Amelioration permanent zu sichern, für das kein Akzident dabei ist geschehen. Zusätzlich gibt es die Leute noch vom EPI zur Verfügung. Das ist Helm, Sicherheit schon, Schutzbriller, die sagen, wir schicken sie ganz viel auf den IFSP an Formationen. Das geht jetzt auch im Kader von einer Amelioration kontinu, Formation kontinu, sich weiter developieren an die nächsten Reglemente, damit die auch von der Sicherheit lehren können. Auf Wiedersehen.